Dieser Witz wurde uns anonym über witzschmiede.de vorgeschlagen. Zwei Freunde sitzen in der Kneipe und unterhalten sich. Sagt der eine, übrigens, hast du schon gehört? Im Nachbarort gibt es jetzt einen Puff, da zahlt man keinen Eintritt. Und man kann zwölf Stunden lang so oft und so lange wie man kann und Lust hat vögeln und bekommt danach sogar noch 500 Euro in bar. Da lacht sein Freund herzhaft laut, hör mal, machst du die Witze, wo hast du denn diesen Blödsinn her? Darauf sein Freund, ist kein Witz, fragt meine Frau.